Hallo Freunde. So ein weiteres Let's Play. Ich weiß nicht ob die andere Folge hoffen nicht klappt. Weil meistens hast du hier ein bisschen Probleme. Entschuldigung. Da mit dem Wagen. Man weiß jetzt gibt es ein bisschen Probleme und so. Ich weiß nicht ob die anderen Parts auch gehen. Wir wollten ja uns da den hier kaufen. Vielleicht ja nicht mehr viel. Konzesse. Ja, dann werden wir hier mal das VG mal abkippen gehen. Ja. 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 Oh. Hat doch was ein bisschen stehen lassen der Kollege. Na was soll's. Ja. 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 Egal. Arbeiten wir jetzt noch mehr auf dem Hexegut, Werk, Farben. Ach Mist. Egal. 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 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.